War das mehr Fakten? Ne, wir einsammeln hier. Feuerstein. Wie krieg ich denn ein Feuerstein jetzt? Mit einer Spitzhacke. Hab ich nicht. Dann musst du dir eine Spitzhacke machen. Aber es waren noch Feuersteine im Haus. Ja, aber ich bin noch schon unten. Ach so. Wofür brauchst du denn Feuerstein? Für den Späher? Nein, ich wollte mir den Fackel machen, damit ich ein bisschen Wärme unterwegs habe. Ach so, da brauchst du glaube ich erst eine Spitzhacke. Ich brauche jetzt mal Stroh. Ach ja. So, jetzt muss ich wieder warten bis ich hoch gehielt bin. Ich fress mal noch eben schnell Stutzfleisch dazu. Dann geht das einfach schneller. Und ich kackte. Schon wieder vor allem. Hm. Hm. Ja, der Schneesturm hat aufgehört. Schon mal schön. Stroh, Fasern und Holz. Stroh, Fasern und Holz. Pfefferblut. Hm, dann können wir auch da rein. ist ja auch noch fleisch drin und seltene blume was seltene blumen gefunden hallo ich sag du hast seltene gefunden anscheinend hier auch der in der kiste auf dem boot sind seltene blumen vier stück das kann sein ja ich hätte ja mal sagen können wir brauchen wir für heiltränke weiß ich nicht mehr so ich kann wieder reingehen ganz schnell das, 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 das und das und das und das so, dann stellen wir raus okay, eine Runde muss ich doch noch machen ja, da soll ich nicht anhalten ja, ähm, das ist deins das ist deins, das ist deins, das ist deins das ist auch deins ähm, das müsste deins sein das müsste deins sein na toll was da werde ich angegriffen da kommen gerade solche Raptors das ist ja blöd stirb nicht wieder, sonst muss ich dir gleich wieder einen Schlagsack machen ich bin jetzt auf einer, ich bin jetzt auf einer Steininsel ja, hauptsache safe ja, komm, ich bin gerade auf so eine Insel gegangen da, gerade fangen die an, sich da zu attackieren so, ich muss noch einmal tauchen gehen und dann müsste ich, glaube ich, alles haben wenn deine Rüstung nicht allzu schwer ist sonst muss ich noch zweimal tauchen gehen ich traue mich ich traue mich gar nicht zu gucken ja, dann guck doch nicht ja, doch gar nicht, du bist noch 1900 oder 900 Meter von mir entfernt ja, ich bin immer noch an derselben Stelle ich muss noch mindestens einmal tauchen wenn ich vielleicht sogar zweimal ich muss natürlich immer wieder warten, dass ich hochhiele damit ich nicht gleich krepiere, wenn ich in der Verschule heil dich, hol mich hier ab mh, erstmal steht mein Überleben an dieser Stelle und dass ich das Zeug ins Boot bekomme ja, ist so, ich versuche gerade, unseren Kram zu bergen, Mann ich riskiere mein Leben, nicht du? ich habe mein Leben riskiert wobei, beim viel Versuch ins Boot zu steigen, oh Gott ja, ist mal wieder untergetaut so, neue Runde und ich habe alles ja, warte, ich muss einen Zock noch in die Kiste legen deine Handschuhe sind natürlich fast kaputt ja hast du die nicht repariert? kann ja nicht kann ja, dass ich die vergessen habe ach, so ein Clown, ey so der meint ich mache mich auf die Socken ich bin jetzt unterwegs dauert auch nicht lange wobei, dauert doch ein bisschen länger als schwimmen weil schwimmen geht ja schneller ich gucke mir so lange dieses Kino hier wie Raptor und Vögel miteinander kämpfen die kämpfen die miteinander, die sind auch verwandt ach, wahrscheinlich deswegen ich habe gefragt, warum kämpfen die denn miteinander die sind doch verwandt aber wahrscheinlich genau deswegen das ist Schlüsterstreit auf meine Beute unter Verwandten wieder da haben wir noch mal Glück gehabt, dass das jetzt so gut geklappt hat das wieder zu holen, das Zeug nicht so wie bei mir beim letzten Mal meinst du das am Berg heute Morgen? ja, genau das wo schon so genervt war genau das ich habe gleich zum Böckler zu spielen das war auch echt lästig und ich schütze aufs Boot du bist nur am Kacken und am Essen gerade, ne? wo kommst du denn da raus? das klingt so nein also wenn wir so weiter Fritführeutz essen dann brauche ich gar keine Raps mehr machen wahrscheinlich nicht ne, dann sind wir schon satt ja, ich muss ja jetzt irgendwas essen sicher dass du fährst? ja ich sehe nämlich deine Zahl, die wird nicht niedriger meinst du, ich stehe da jetzt so ein Frieden meinen Arsch ab oder was? ja nee guck mal ein Stream, siehst du denn noch? ja, ich habe mich doppelt ich muss auch so rumfahren, weil ich bei den Eisschleulen nicht langkomme ich bin gleich da ja, klar kann ich schon riechen Entschuldigung, abgepupst ich kann auch schon den Wasserfall sehen Wasserfall? ja und welcher Seite kommst du denn dann? von da, wo ich kommen sollte von da, wo wir krepiert sind oder meinte ich fahre jetzt einmal andersrum außenrum ich bin gleich da ich bin schon aus dem Eisgebiet raus gleich steuere schon hart auf die Bucht du wo der Wasserfall ist da, wo wir uns ja treffen wollten dann bist du ja hinter mir wo bist du denn? ähm ich sehe ein Eisberg so, ich bin jetzt hier auf der Ecke wo das Känguru war wo war das denn? ja und da sehe ich hin ich sehe da den Wasserfall ist er am Brachiosaurus? ich sehe den Wasserfall ich muss jetzt mal Feuer ausmachen weil es echt heiß ist hier ja, was war dann jetzt nicht daran zu verstehen dass wir uns unten am Wasserfall treffen wieso bist du nicht am Wasserfall? hallo ja, ich suche gerade vielleicht sind wir am falschen Wasserfall hä, wieso? es gibt doch nur einen Wasserfall wenn du von unserer Hütte Richtung Strand läufst da ist ein beschissener Wasserfall ein zweistufiger oh, 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 oh ich bin eingegreifen hab ich mich erschreckt tja, wenn du da am Wasserfall nicht bist fahr ich weiter nach Hause, ne? oh, ich ich hab dir das gesagt ja, mach was du willst nee ja, Mann, ich wollte zu dir kommen Mann warum sollst du denn? ich hab doch gesagt, du sollst nicht zu mir kommen ja, was ich sterbe einfach jetzt so oh, jetzt musst du wieder einen Schlafsack machen Knallko großer Hai dumm ne, ich mach jetzt einfach zuvielig alles bei uns nicht ja, dann fahr ich jetzt nach Hause einfach da wenn du mich hören kannst dann ist das nicht mein Problem ach ja ich bin zuhause ja, schön für dich ich schmeiß dafür jetzt gleich deine Sachen ins Wasser das ist glaub ich doch nicht mein zuhause was kannst du eigentlich? bei der Spawn-Auswahl ganz oben rechts, wo du da Südost und so hast hättest du den ganz oberen nehmen müssen ich würde jetzt einfach nochmal sterben was für eine Verschwendung von Haut und Fleisch ich weiß gar nicht wo ich bin wie gesagt bei der rechten Auswahl ganz oben nehmen und dann bist du quasi bei uns um Ecke auf unserer Halbinsel bist du auf jeden Fall Scheiße, ich freue mich ab jetzt ein Krokodil und tralala ja, heute wieder sehr spannend liebe Leute eine Schifffahrt gewinne, gewinne, gewinne wer will nochmal wer hat noch nicht da kommt ein Unwärter auf uns zu Sturm Sturm eine Sturmfront haltet euch fest ich weiß ehrlich gesagt echt nicht wo ich gerade bin tja ob wir hier überhaupt jemals waren wo bist du denn gespawnt? einfach irgendwo oder was? ach, ich weiß das tja meine Damen und Herren meine zukünftige Ex-Frau werden wir nie wieder sehen und das ist ja nur bewusstlos jetzt bräuchte ich nur Fleisch hier ist Öl ich habe kein Fleisch stirb oh, hier ist ein Dodo-Strand wie mir scheint jetzt habe ich Fleisch oh man ich weiß nicht, was es für die Insel ist und die Karten sind doch echt der Mist du hast keine Karte oder? im Buch, aber ach doch, du hast eine Map doch, die hast wie auch immer da sehe ich aber da ist aber nichts verzeichnet, wo ich bin nee, du bist das aber schuld du wolltest doch das bauen dann kommt damit klar den findet man nach Hause ich bin ganz traurig ja ganz ehrlich selbst wenn ich dir jetzt helfen könnte würde ich es nicht tun ich helfe dir nächstes Mal auch nicht hast du beim letzten Mal schon nicht gemacht erinnert sich also nichts ich war bereit ja, du hast nicht waren die eigentlich alle von mir erst mal, dass du mir hilfst und dann, dass du auf mich hilfst wenn ich sage, wir treffen uns am Wasserfall der ist ja nur bewusstlos den will ich nicht der kann mich nicht beschützen ich glaube, sie spielt jetzt ihr eigenes Spiel für sich selber okay, jetzt muss ich aufhören und scheiße, mir ist einfach heiß ich sterbe gleich ich muss in den Dschungel, damit ich vor der Hitze Entdeckung bin also ich bin ja gleich zu Hause ich bin jetzt bei dem roten Obelisken ja, das ist schön für dich ja, ne, finde ich auch ich bin gleich tot ja, das ist schön für dich nervig sowas, ne UG haben einen schwachen Stamm oh, sagte UG, der sich heute Morgen schön aufgeregt hat weil er da den Berg nicht erreichte aber UG hat nicht aufgegeben und Sachen wieder geholt UG, großer Krieger und UG heiß so, ich bin jetzt beim roten Obelisken ich bin jetzt beim Obelisken das heißt, ich bin nur gleich zu Hause ne, 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 ne Etsy-Bet, Etsy-Bet oh, läuft ein T-Rex? ne, schade können noch einen gebrauchen ich muss ja leider einen zurücklassen schade, 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 Schokolade und ab jetzt bin ich tot jetzt werde ich angriffen also ich bin immer noch quick-lewendig auf meinem Boot vielleicht spawnst du jetzt mal richtig damit du auch zu Hause landest welche Zeitzone denn? Zeitzone? du hast rechts die Auswahl du musst das ganz oberen nehmen Süd 1 oder so ist das ganz oben ja, da bin ich doch gespawt ja, und dann musst du aber erstmal raufklicken und dann bist du auf unserer Halbinsel eigentlich wobei es glaube ich auch passieren kann, dass du im Sumpf spawnst aber normalerweise spawnst du auf unserer Halbinsel ich bin gleich zu haus ich bin gleich zu haus und dann lasse ich alles raus also, Spackdarm aus beim nächsten Mal schwimme ich das geht schneller dann baue ich einfach irgendwo eine neue Base und sammle da alle Ressourcen und wenn ich irgendwo hin will, dann schwimme ich ja, dann bin ich zu hause na, endlich oh, ein Baby-Dodo von uns? nein ach so ich bin mir doch grad begegnet ach so oh, ich kann schon die Heimat sehen dieses Gebäude da unten das könnte doch auch eine Höhle sein oder zumindest mit einer Höhle zu tun haben weil wir bauten da sonst sowas hin einfach so da muss es doch einen Eingang geben, oder nicht? hm na, mein Süßer Nummer 5 lebt noch oh, ich sehe meine Heimatinsel dann mal stramm drauf zu ach ja, Nummer 5 lebt noch wer ist Nummer 5? ha? wer ist Nummer 5? mein Dilophosaurus, den habe ich jetzt Nummer 5 genannt ach so Gott sei Dank gleich geht jetzt haben wir tatsächlich sieben Stunden lang Metall gesucht und wieder nach Hause gefahren wir sind sehr erfolgreich und effektiv und die sind zwei grüne Sachen runtergekommen guck mal, jetzt freut sich der Kroni hm, toll ist meine Brücke weg? ne, da ist sie oder? so, wir sind jetzt alle gelevelt gleich hallo Heimat, ich bin da so, wir sind jetzt alle gelevelt Logbuch Captain Ugg ich bin die Alte unterwegs los geworden und bin jetzt zu Hause und was muss ich erblicken meine Alte Ugg ich brauche noch einen Sattel für den Großen hier für den, wie heißt der? macht ja noch einen Langnasenhirsch heißt der ein Paracetamol Paracetamol nein hey Darkwing, Papa ist da noo ne, da steht aber nur Parasaurus ja, der ist paralysiert pass auf, dass der nicht auch in ein Messer springt haha hmhmhm Ich hab hier einen Bauplan für einen Parasaurus Sattel und einen für einen Kaprosch Kaprosuchus Sattel auch noch ja hm hm, hm hm ich weiß nicht was ich mit diesem bauplan machen herstellen du brauchst einen parasaurus-sattel habe ich gerade gelernt ja ach so ich habe dafür einen bauplan die parasaurus habe ich schon gelernt gab habe jetzt für den paracetamolosaurus in der kleinen kiste ist ein zeug drin überall ist das feuer aus mir ist kalt und du holz auch nicht mehr wir brauchen holz das nehme ich mit dass das dass das das da rein hier war glaube ich Futter drinnen ne hier war kein Futter hier war Futter 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 das gibt das da rein das ist ausrüstung dann brauche ich mal ein schwung holz wo vom Baum bist du noch da ja 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 dann sag auch mal was du bist hier nicht alleine da kannst du ja erstmal unser haus zu ende bauen oder ja ich mach ich gleich es regnet nämlich rein da kein dach drauf ist aber jetzt nicht mehr um das ist jetzt nicht mehr aber jetzt kommt die das ist ja feuersteine muss neues zündpulver machen weil unser räucherofen aufgehört hat zu arbeiten dafür brauchsteine mein garten ist auch leicht krepiert weil kein dünger auch scheiße hallo hat irgendwer kacka gemacht hier jemand heißt um mein leben in der zwischenzeit haben wir schon 102 neue barrens bekommen ich bin gerade leer gewohnt mittelgroße kothaufen ich habe dein terranodon jetzt also darkwing ein sattel gemacht ich teste das jetzt aus ich hoffe wir zum fallschirm dabei ich kenne fest bring ihn bitte nicht um ja also ja bitte in den luft kämpfen haben nicht mit deinem messer auf ihn ja noch fliegen und nicht ja ich kenne ich kenne